Für den 17. Oktober 2009 mobilisierten die Nationalen Sozialisten Leipzig zu einem Aufmarsch unter dem Motto Recht auf Zukunft nach Leipzig. Als Anmelder des Aufmarsches trat der Leipziger Tommy Naumann in seiner Funktion als Landesvorsitzender der NPD-Jugend junge Nationaldemokraten auf. Naumann ist aber auch als Aktivist des freien Netzes bekannt im überregionales Neonazi-Netzwerk ohne Parteianbindung. Dass die sächsische NPD trotz Finanzmisere der Bundespartei finanziell selbstständig und gut aufgestellt ist, scheint neben dem legalen Dach des Parteischutzes ein wichtiger Punkt zu sein, wieso Kameradschaftsstrukturen wie das freie Netz in einigen Regionen Sachsens mit der Partei gut zusammenarbeiten und zudem auf NPD-Listen kandidieren. So sitzen einerseits in Sachsen mittlerweile mehrere Kameradschaftsaktivisten des freien Netzes für die NPD in Kommunalfarlamenten und andererseits stellt die Partei ausgebaute Infrastrukturen für die Kameraden wie das Nationale Zentrum in der Leipziger Odermannstraße. Ab Mittag versammelten sich am Sellerhausener S-Bahnhof an diesem Tag weit über 1000 Neonazis aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Stimmung bei den vorwiegend aus dem Spektrum der sogenannten autonomen Nationalisten stammenden Teilnehmern rührt sich rasch auf, als klar wurde, dass sich der Beginn der Veranstaltung erheblich verzögern würde. Die Strasse frei, der deutschen Jugend, der Strasse frei, wir wollen in jedem Krieg, denn wir müssen in jedem Krieg, denn wir müssen in jeder Person, denn es sind in ihnen so viel 신� Von jeder Stadt! Schenke, das sind in der Ukraine! Straßen frei, der deutschen Juden, Straßen frei, der deutschen Juden, Straßen frei, der deutschen Juden. Gut, kann mich jetzt jeder verstehen? Ja. Also, ihr habt uns offene Klick auf den Aufgang, die ich so ungewesen habe, fuß gesetzt. Das heißt, Achtung auf, dass sie keine Bewaffnung haben, dass sie nicht vermummt sind, dass sie sich nicht benehmen, keine kritisierten Personen auszuschließen, keine Kennzeichen, und die They are on the track. Das ist doch nicht unfriedliche Teilnehmer, die wir hier im Viren, beziehungsweise, die uns zu rügen. Wir haben die Ausweise gehabt, und das ist schon so. Hey, das gibt es nicht. Ich lasse mich da nicht verarschen. Dann ist es schon so. Dich ist ein, das gibt es nicht. Nein, das gibt es nicht. Wie ist das? Ist es nass für uns dran? Das sind immer ein Schorkäße, ist gar nicht gar nicht angeht. Nicht alle. Das hat uns gleich so gemacht, hat uns gleich so gemacht, hat mir die Ordnung frei. Ja, das gibt es nicht. Lass uns so etwas nicht rein. Richtig, aber lass uns so etwas nicht rein. Anmeldet Tommy Naumann wird bei der Einweisung der Ordner sichtlich ungehalten und versucht den Polizeibeamten gegenüber selbst sicher und bestimmend aufzutreten. Die Gelassenheit der Beamten vermag dabei nicht so recht offen abzufärben. Das ist die Hauptstraße komplett frei. Ja, da haben wir die Fahrt gesorgt. Gut, hat gesagt, eine anderthalb Stunde, zwei Stunden. Wir räumen die Fahrt in den Platz. Ja, eine anderthalb Stunde warten wir. Wir müssen drei Ansagen machen. Angesichts der zahlreichen Gegenveranstaltungen im Leipziger Stadtgebiet und den Erfahrungen der letzten Jahre scheint dem Neonazi klar zu sein, dass die mehr als vier Kilometer lange Strecke bis zum Leipziger Hauptbahnhof ein schwieriges Tagesziel darstellt. In den vergangenen Jahren kam es gerade in Leipzig bei Neonazi-Aufmärschen und Gegenprotesten häufig auch zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen im Stadtgebiet. An diesem Tag scheinen sich die Nazi-Gegner großteils einig zu sein. Verschiedene Bündnisse hatten zum Beispiel unter dem Motto Leipzig nen Platz aufgerufen, den Aufmarsch der Rechten friedlich aber bestimmt zu blockieren. Bis zu 3000 Menschen protestieren an diesem Tag in der Stadt gegen Neonazis. Der Großteil von ihnen versammelte sich in den frühen Nachmittagsstunden bei der Blockade am Sellerhausener S-Bahnhof, kaum 100 Meter vom Startpunkt der Rechten entfernt. Dass die Polizei sich außerstande sah, für die Ziele der Neonazis die Blockade zu räumen, schlug den Demokratiefeind nur auf der anderen Seite der Polizeikette schwer auf den Magen. Die üblichen kämpferischen Durchhalteparolen bestimmten hier die Szenerie. Wir sagen es ganz offen, die Demokratie hat versagt und wir lernen ihre Toten wie immer sein. Der im Juni geschaltete NPD-Stadtratskandidat aus Halle, David Cicic, ist einer der ersten Redner an diesem Tag. Bei den Reden und Parolen wird schnell klar, dass das geforderte Recht auf Zukunft direkt in die Vergangenheit führt. Wir als nationale Sozialisten stellen den Erhalt unseres Volkes an die allererste Stelle aller politischen Überlegungen. Im Hintergrund ist hier der Bundesvorsitzende der NPD-Jugend, Michael Schäfer, als Redner zu hören. Schäfer heizt die Stimmung an und wehnt sich mit seinen Kameraden in Leipzig kurz vor der erträumten Nazifizierung. Die Stimmung an und wehnt sich mit seiner nationalen Revolution. Von Leipzig, es ist schon mal eine Situation aus. Und nach heute stehen jetzt alle Kämpfer. Heute stehen wir mit der Erde. Wir werden uns nicht wahrlich gewahlen lassen. Weder von in den roten, sondern von in den grünen. Für seine kämpferischen Worte erntet der Politikstudent Zustimmung von den Kameraden. Wenige Minuten später kommt aus der Masse der Rechten heraus die erste Flasche in Richtung Polizeibeamte geflogen. Nachdem weitere Teilnehmer mit Steinen, Feuerwerkskörpern und auch Fahnenstangen werfen, lässt die Reaktion der Einsatzkräfte nicht lange auf sich warten. Wir werden uns nicht wahrnehmen, sondern wir werden uns nicht wahrnehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020